Herzlich Willkommen zu einem neuen Lampen Video. Heute ein bisschen der anderen Art. Was haben wir auf dem Tisch liegen? Eine Thrunite TN12 und ein Phoenix Quick Release Bike Mount ALB10. Kommt in einer Phoenix typischen schwarz-orangen Verpackung. Das Ding packen wir jetzt mal aus, aber Teil 2 von der Video werden wir mal drüben im Schuppen machen, denn dieses Teil montiert man sich zum Beispiel an ein Fahrrad. Sehr interessant, das Teil an der Lampe kannst du dran lassen, da kannst du sie auch schnell wegnehmen, um sie nicht da dran zu lassen. So, was haben wir denn hier alles drin? Noch so Teile, wenn das Ding ein wenig enger werden muss. Hier haben wir auf jeden Fall das Teil für die Taschenlampe an sich und das Teil wird mit dieser ewig langen Schraube am Lenkrad versteckt oder sonst wo, wo man halt sowas gebrauchen kann. Einmal natürlich komplett raus. Hier innen drin haben wir auch verschiedene Gummipads und hier nochmal zum Wechseln, je nachdem wenn man eine ganz kleine oder ganz dünne Stange am Lenkrad hat, kann man hier durch die dicken Pads ersetzen. Oder man nimmt die beiden dünnen Pads. Lassen die sich einfach hier rausnehmen. So einfach gehen die gar nicht raus. Dann lasse ich auch mal drinnen. Dann gucke ich erstmal, ob das passt. Das wird mit Sicherheit ein Geprime sein, die da wieder rein zu kriegen. Jo, das muss ans Fahrrad. Das hier kommt um die Lampe und wir natürlich auch wieder aufschrauben. Ich habe jetzt hier natürlich keine Phoenix dafür, aber das ist ja hier modellübergreifend. Da sind wir runter mit dem Ding. Aber braucht man gar nicht ganz, kann man durchschieben. So, und da kann man natürlich auch jede andere Lampe festziehen. Und dann hat das Ruder natürlich eine extrem gute Beleuchtung nachts. Aber aufpassen, solche Lampen haben natürlich keine Straßenzulassung nach der Straßenverkehrsordnung. Aber da wo ich nachts fahre, auf Feld-, Wald- und Wiesenwegen. Ich weiß nicht, ob dort überhaupt die STVO greift. Aber da ist eh egal, da sind keine Autos und Gegenverkehr unterwegs. Da kann man nachts nochmal richtig gut ausleuchten. Immer aufpassen mit Festziehen. Ihr wisst ihr, nach Fest kommt ab. Wenn Sie das hier mal langsam mit der Kunststoff auf der Seite beginnt durchzubiegen, dann ist das Ding fest genug. Oh ja, das hält wirklich wie Bombe. Da drin sind ja fette Gummipads. Dann kommt das hier mal ans Lenkrad. Dann ist nur die Frage, wie rum am praktischen. Also. Ja, okay, das rastet ein. Jo. Sieht alles recht hochwertig aus. Hier in dem Gelenk so ein Metallstift, also da kein Kunststoff. Wechselpads. Und mal gucken, was man dann am besten braucht. Schrauben wir hier wieder fest. Kann man natürlich schön die Hue beeinflussen. Und wenn man das abziehen will, hier einfach runterdrücken und nach vorne abziehen. Perfekt. Einfach draufschieben, bis es schnappt und schon hält die Lampe. Cool. Das ist der Phoenix Quick Release Bike Mount HLB 10. Das Teil ist nicht ganz so billig. Es gibt auch schon so für 5 Euro irgendwelche Lampenhalter. Aber ich habe gedacht, ich probiere hier das Gute von Phoenix aus. Der kostet 20 Euro. Macht aber einen ganz durchdachten, relativ robusten Eindruck. Da können wir dann mal die ein oder andere Lampe immer sinnvoll im Dunkeln ausprobieren. Wie sich das Teil so, wie sie diese Dinger als Scheinwerfer machen. Und anfangen wir hier mal mit der Flo Night TN 12 2016 Edition in der zweithöchsten Stufe. Das sollte ausreichen. Da sind wir hier 1, 2, 3, 4. Da mal schauen, wie sich das nachts auf dem Bike macht. Okay Leute. Für euch geht es hier natürlich gleich weiter im Shoppen. Also, bis gleich. So, Mahlzeit-Freunde. Hier sind wir. Wo ist jetzt das Teil, Erik? Gibst du mir beim Dranschrauben? So, hier haben wir das gute Stück. Na, ihr seht das. Ich musste aber die beiden dicken Gummibacken einsetzen, damit es an den Griff greift. So, pass mal auf. Jetzt mach ich das mal runter. Du sollst das mal halten? Ja. So, und jetzt. Na ja, so hält das doch schon besser, ne? Einfach hier dran. Schrauben. Das Teil hier durch. Ja, ist das jetzt krumm oder was? Ne, ist nicht beweglich. Das finde ich schön, alles mit Metallgewinne und so. Und den wir nicht verkanten. Was das aber gerade tut. Moment, Erik. So, jetzt. So, aber Moment. Müssen wir erst ein bisschen festziehen. So, jetzt stecken wir die Lampe auf. Ja, okay. Feste drücken. Feste. Feste zurück. So, bis es einraschert. So, jetzt lass mal auf. Handmachen. Ja, aber nicht vorne reingucken. Mach mal an. Okay, das Ganze muss natürlich noch einen Tacken runter. So. Na, so ist es auch eigentlich gut, oder? Ja, sag mal mal in die Nacht sehen. Genau, das kommt aber weiter in die Mitte. So, pass auf. Moment. Ja, das mit diesem Gummipolster dazwischendrin, das hält richtig gut. So, schön in die Mitte. Dann kann man das schon mal grob ausrichten, ne. Man braucht, sag ich mal, so die zwei Meter vor sich noch nicht viel sehen. Und dann kann man es festschrauben. So. Ja, die hat ja eine große Reichweite, die Lampe. Kann man ja jederzeit nochmal nachstellen. So, jetzt greifen die Gummipolster schön. Du brauchst es nicht übertreiben, wenn wir festziehen, das wackelt natürlich ein bisschen. Ist ja alles gummiert. So, dann lässt sich das immer noch ein bisschen bewegen. Perfekt. Und hier kann man so durchzeppen. So sieht die Geschichte dann da dran aus, ne. So, draußen natürlich noch viel zu hell, wenn man da mal im letzten Video anschauen, wie das im Dunkeln aussieht, ne. So, dann ist es ja ein bisschen heller, ne. Funktioniert richtig gut. Und dann einfach da hinten runterdrücken, nach vorne wegschieben. Aber auch schwach, ne. Die Bombe hier drin. Einfach hier drauf. Zack, und zurück. Kann man sich hier schön die Höhe einstellen. Festschrauben. Richtig große Reichweite hast du damit sicher. Und auch die TN12 hat recht gut auch eine Ausleuchtung in die Breite, ne. Auf der maximalen Stufe kannst du natürlich nicht betreiben. Da wird die dann heiß. Aber in der Zweithöchse, ne, hier so auf dem 1, 2, 3, 4er Modus, ne. Da ist glaube ich was, 370, 380. Da kannst du richtig schön damit leuchten. Ja, aber das werden wir natürlich ausprobieren, sobald es dunkel genug ist. Wenn wir mal eine Runde im Dunkeln probieren, ne. So, das hält hier. Sehr gut, dieser Aufbau, ne. Ich möchte sagen. Kostet auch mit Versand so um die 18 bis 20 Euro, je nach Händler. Macht aber einen echt wertigen Eindruck, das Ganze hier. Massiver Kunststoff. Die Geteile, wo es ankommt, hier die Gewinde und die Stange hier, das ist Metall. Das Gelenk hier oben drin ist auch noch ein Metallstift drin. Und der Rest ist halt Kunststoff. Hier oben, wo dieses Oberteil an dieser Schelle befestigt ist, ist auch ein Metallstift drin. Also, ja. Ich mache einen ganz guten Eindruck, dieser Fahrradhalter hier von Phoenix. Jo. Ich würde sagen, danke für das Reinceppel. Wir werden kommentieren. Und das werden wir auf jeden Fall noch in einem Nachtvideo demonstrieren. Ich warte nämlich noch hier auf die... Ich habe mir noch eine kleine weitere Halterung hier bestellt für die Digicam. Dass ich die kleine Sony da drauf packen kann, dass man mal nachts beim Fahren filmen kann. Dann schauen wir uns das dann richtig in Action an. So. Ich würde sagen, das war es jetzt mal mit Teil 1 der Phoenix Fahrradhalterung. Bestückt mit einer Thrunite TN 12 2016. Interessante Kombination. Tschau Leute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und hier noch eine Thrunite. Die Wahnsinns TN 36 UT ist natürlich eine geniale mobile Videoleuchte. Und selbst hier in der starken Stufe von den drei Standardmodi, das Ding wird noch nicht warm. Das hat hier dann glaube ich über 1000 Lumen, aber einen riesen Kopf, ne? Cool. Tschau. Macht's gut.